Ein Lied aus längst vergangener Zeit fährt mir durch Mark und Bein. Ein Aufschrei nach Gerechtigkeit, nach Glauben treu und rein. Ein Vorbild unter Folterzwang, ein unerschrockenes Wort. Sie drängen, fragen mich, wie lang noch schlummerst du denn dort? Hätt' ich wohl der Bequemlichkeit, wie sie einst abgeschworen. Für Glaube, Gott, Glück, Seligkeit, gern hab' und gut verloren. Dazu noch Frau und Kinder klein, das eigene Leben selbst. Wie mächtig muss die Liebe sein, die mich bei Christus hält. Weil Gottes Worte ewig sind, die Wahrheit nie vergeht. Wie Gott, der Vater, ewig hießt, sein Bundesschluss besteht. Ein Bund besegelt in der Tauf, im Glaube und im Treu. Ein Erbe, das durch Blut erkauft, das Leben ewig neu. Wie nehm' ich Gottes Gnade an? Wie viel ist sie mir wert? Ob ich mein Kreuz denn tragen kann? Wann wird es mir zu schwer? Der Weg ist lang beschritten schon, von Gläubigen vor mir. Sie folgten Gottes einzigem Sohn, ihr Vorbild mich nun fühlt. Wie eine Wurzel, die mich trägt, den jungen Schwachen trieb. Die sich zum Wasser ausgestreckt und mir das Leben gibt. Als Gottes unser siegter Quell, die täglich mich erfrischt. entfacht ein Feuer heiss und hell in mir das nie ernischt. Die Welt des frühen 16. Jahrhunderts war in mehrfacher Hinsicht spannend und spannungsgeladen. Der Frühkapitalismus trieb die Bauern in einen verzweifelten Aufstand. Die Türken bedrohten Europa von außen und die Kirche, von der man sich geistliche Orientierung erhoffte, war äußerst reformbedürftig. Unzufriedenheit und Unsicherheit fordern auch uns heraus, denn unsere Fragen sind bestenfalls oberflächlich anders. Eine Welt, die in Arm und Reich, Freund und Feind, Wahrheit und Irrtum gespalten ist, fordert von uns tiefgreifende und wahrscheinlich sogar radikale Antworten. Die Täufer. Was war das für eine Bewegung? Wer sind die Ahnherren jener seltsamen anderen Glaubensgruppen, die in den USA und Kanada in Form der Amish People, Hutterer und Mennoniten überlebt haben, deren Missionare im 20. Jahrhundert den Weg zurück gefunden haben, nach Europa, ihrer ursprünglichen Heimat. Sie kamen zum Teil direkt aus der Bauernkriegsbewegung, waren unzufrieden mit der Situation der Kirche und anfangs sogar enge Vertraute der Reformatoren. Als strikte Pazifisten hatten sie ganz andere Überlegungen zur Türken Gefahr. Die Reformatoren Martin Luther und Huldrich Zwingli arbeiteten in enger Verbindung mit den Fürsten und Obrigkeiten. Dieses Zusammenwirken von Glaube und Politik führte jedoch zu Kompromissen und verzerrte so manchen Aspekt der Botschaft Jesu. Luther befürwortete die brutale Niederschlagung der Bauern, der Zürcher Reformator Zwingli starb als Feldkaplan in den Schweizer Reformationskriegen, Johannes Calvin ließ in Genf Andersdenkende verhaften und sogar verbrennen. Zuletzt führte die Vermischung von Glaube und Politik in den Dreißigjährigen Krieg. Die vertrauten Zwinglis, Konrad Grebel und Felix Manns, erkannten in all den Fragen jener Zeit, dass Gerechtigkeit aus der Liebe des Einzelnen kommen muss, aber nicht verordnet werden kann. Weiters, dass die Liebe zur Wahrheit nicht erzwungen werden kann, sondern aus einem freiwilligen Glauben Gott gegenüber erwächst. Hatte Zwingli bereits Bedenken gegenüber der Kindertaufe geäußert, sie aber aufgrund des Vetos der Stadtregierung wieder fallen gelassen, so machten sie genau an dieser Frage ihren Protest fest. Die Taufe sei der Ausdruck einer persönlichen Entscheidung, dem Evangelium von Jesus Christus zu glauben und einen, wie sie sagten, in der Liebe tätigen Glauben erlernen zu wollen. Die Kindertaufe findet in der Bibel keine Grundlage. Christus zwingt niemand zu seiner Herrlichkeit, formulierte Felix Manns. Er wurde unter Zustimmung Zwinglis 1527 zum Tod durch Ertränken verurteilt. Die Karte ist eine Unterricht, der Ertränken verurteilt. Ich glaube, die hat jetzt sowie viele Zwinglis geschaut wird in der boule in der Hand, in der Hand, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Frau, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Herrlichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020